Ja, das Video hier ist für den Domwolf, oder wie der sich da nennt, weil er seinen richtigen Namen da ja nicht weiß gibt, was weiß ich, und lästert über andere Leute. Was willst du, Mann? Der Junge, der ist mit fünf Jahren zu mir gekommen, sein Opa macht 40 Jahre wegen Chung und der hat mir dann Auftrag gesagt, ich soll ihn trainieren. Und der hat auf Teneriffa gelebt und ist wieder nach China gegangen. Und der Junge ist heute 20, kannst ja mal vorbeikommen. Der zeigt dir dir mal, was Plan ist. Ich würde gerne da auch mal kommen. Nur ich kann nicht fliegen, weil ich Krebs habe. Ich habe Lungenkrebs, ich kann nicht fliegen. Du lässt das über andere Leute, so wie dein Freund und ja, wegen Chung und das. Mann, trainier es mal ein paar Jahre. Ich mache fast 40 Jahre wegen Chung, Junge. Du machst ein paar Jahre, machst ein Video, machst du hier so, oh, der große Meister und was weiß ich. Du bist gar nichts. Guck dir deinen wegen Chung an, Mann. Das ist kein wegen Chung. Nennt die Scheiße nicht wegen Chung. Das ist gar nichts, Mann. Und hier, Respekt, Respekt muss man sich verdienen. Trainier es mal ein paar Jahre. Und ich habe mit anderen Leuten schon trainiert. Ich habe wieder Polizei trainiert in Teneriffa, Spezialeinheiten und, und, und. Mann. Lässt doch nicht über andere Leute, die du gar nicht kennst. Mach deinen Scheißkanal und du kennst mich da gar nicht. Und in dem Video, wenn du wenigstens tun könntest, kannst du genau sehen, das ist alles kontrolliert, abgeblockt. Der kriegt keine richtige ab, gar nichts. Ne? Pack dich mal in die eigene Nase. Trainier es mal ein paar Jahre mehr. Und dann zeig den Leuten was und erklär den Leuten was. Die ganze Scheiße, was du da machst hier, da sind zig Fehler drin und, und, und. Dein Latz auch ist scheiße. Zeig uns doch mal ein Schließau-Video von dir, Mann. Zeig mir doch mal sowas. Kannst du doch gar nicht. Ne? Bist du gar nicht so lange dazu? Ne? Ach ja, Selbstverteidigung. Wing Chun ist Selbstverteidigung. Und dann noch was. Ja, der haut den und haut den das, das, das. Ja, Alter. Das ist Wing Chun. Das Wing Chun ist kein Ballett. Ne? Und nur so wirst du gut. Ne? Und das ist, das ist Spaching. Nur Spaching ohne Schutzkleidung. In Wing Chun hast du keine Schutzkleidung. Auf der Straße hast du auch keine. Ne? Ich denke, du bist hier über den Einsatzkräften gewesen. Alter Schwede, Mann. Laber nicht über andere Leute. Töne erst mal. Pack dich an der Eichnenase, Conjo. Gabron.